Ich bin wütend auf ihn, weil er gelogen hat. Ich bin wütend auf ihn, weil er gelogen hat. Geben Sie Gas. Geben Sie Gas. Seien Sie konsequent. Seien Sie konsequent. Vielleicht kannst du es versuchen. Vielleicht kannst du es versuchen. Besorgt über die Präsentation. Besorgt über die Präsentation. Einen Penny für deine Gedanken. Einen Penny für deine Gedanken. Ich liebe den Herbst. Ich liebe den Herbst. Ja, ich koche gerne. Ja, ich koche gerne. Natürlich würde ich das gerne tun. Natürlich würde ich das gerne tun. Er kommt immer früh zu Besprechungen. Er kommt immer früh zu Besprechungen. Sie gehen am Strand entlang. Sie gehen am Strand entlang. Ich predige vor dem Chor. Ich predige vor dem Chor. Kommen Sie vorbei, wenn Sie in der Nähe sind. Kommen Sie vorbei, wenn Sie in der Nähe sind. Wie geht's? Wie geht's? Hallo? Wie geht's? Hallo? Wie geht's? Sich auf etwas konzentrieren. Sich auf etwas konzentrieren. Gehst du gern auf Festivals? Gehst du gern auf Festivals? Bringen Sie unbedingt Ihren Ausweis mit. Bringen Sie unbedingt Ihren Ausweis mit. Wo war der letzte Ort, den Sie besucht haben? Wo war der letzte Ort, den Sie besucht haben? Kannst du mir etwas Geld leihen? Kannst du mir etwas Geld leihen? Wie war dein Tag bis jetzt? Wie war dein Tag bis jetzt? Er ist für den Haushalt verantwortlich. Er ist für den Haushalt verantwortlich. Ich genieße es, nach Paris zu reisen. Ich genieße es, nach Paris zu reisen. Entschuldigung. Ich bin zu spät. Entschuldigung. Ich bin zu spät. Kannst du die Lautstärke erhöhen? Kannst du die Lautstärke erhöhen? Kannst du mir den Weg zum Bahnhof zeigen? Kannst du mir den Weg zum Bahnhof zeigen? Wir müssen auf jede Situation vorbereitet sein. Wir müssen auf jede Situation vorbereitet sein. Der Film langweilte ihn. Der Film langweilte ihn. Ehrgeizig sein. Ehrgeizig sein. Er bewarb sich um ein Stipendium. Er bewarb sich um ein Stipendium. Es war lustig. Es war lustig. Stört es Sie, wenn ich Ihnen eine Frage stelle? Stört es Sie, wenn ich Ihnen eine Frage stelle? Es ist eine große Freude, das zu wissen. Es ist eine große Freude, das zu wissen. Gehen Sie gerne in Museen? Gehen Sie gerne in Museen? Du bist ein großzügiger Mensch. Du bist ein großzügiger Mensch. Ehrgeizig sein. Ehrgeizig sein. Ja. Ich liebe die Energie. Ja. Ich liebe die Energie. Vaters Sohn. Vaters Sohn. Sie sind eine besondere Person. Sie sind eine besondere Person. Achten Sie auf die Zeit. Achten Sie auf die Zeit. Er springt über die Pfütze. Er springt über die Pfütze. Ich interessiere mich für Geschichte. Ich interessiere mich für Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, aber ich werde es versuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, aber ich werde es versuchen. Ob Sie bereit sind oder nicht, wir kommen. Ob Sie bereit sind oder nicht, wir kommen. Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Natürlich. Natürlich. Mach weiter so. Mach weiter so. Das Ausleihen von Büchern ist kostenlos. Das Ausleihen von Büchern ist kostenlos. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Ich habe das Gefühl, dass es ein großartiger Tag wird. Ich habe das Gefühl, dass es ein großartiger Tag wird. Winke jemandem zu. Winke jemandem zu. Können Sie mich über die Situation informieren? Können Sie mich über die Situation informieren? Seien Sie kreativ. Seien Sie kreativ. Ich bin ein Schüler. Ich bin ein Schüler. Er arbeitet ständig daran, seine Fähigkeiten zu verbessern. Er arbeitet ständig daran, seine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist eine schwierige Situation. Das ist eine schwierige Situation. Geben Sie Gas. Geben Sie Gas. Sie leiden unter Prüfungsangst. Sie leiden unter Prüfungsangst. Sie gehen am Strand entlang. Sie gehen am Strand entlang. Ja. Ich bin nach Europa gegangen. Ja. Ich bin nach Europa gegangen. Tut mir leid, sie zu stören. Tut mir leid, sie zu stören. Behalte dieses Geheimnis. Behalte dieses Geheimnis. Du bist eine Inspiration für mich. Du bist eine Inspiration für mich. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nein. Ich bin nur ein Kind. Nein. Ich bin nur ein Kind. Schweigen Sie weiterhin. Schweigen Sie weiterhin. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Wie gehst du zur Arbeit? Wie gehst du zur Arbeit? Lass es genug in Ruhe. Lass es genug in Ruhe. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Gehen Sie gerne auf Flohmärkte? Gehen Sie gerne auf Flohmärkte? Welches ist dein Lieblingstier? Welches ist dein Lieblingstier? Schauen Sie, bevor Sie springen. Schauen Sie, bevor Sie springen. Es tut mir wirklich leid, was heute passiert ist. Es tut mir wirklich leid, was heute passiert ist. Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Seien Sie nachdenklich. Seien Sie nachdenklich. Spielen Sie Devils Advocate. Spielen Sie Devils Advocate. Er ist immer nervös vor Prüfungen. Er ist immer nervös vor Prüfungen. Du bist ein großartiger Athlet. Du bist ein großartiger Athlet. Bitte nehmen Sie mein tiefstes Beileid entgegen. Bitte nehmen Sie mein tiefstes Beileid entgegen. Lass mich nicht im Unklaren. Lass mich nicht im Unklaren. Er bewarb sich um ein Stipendium. Er bewarb sich um ein Stipendium. Du bist ein echter Künstler. Du bist ein echter Künstler. Paddeln Sie mit Ihrem eigenen Kanu. Paddeln Sie mit Ihrem eigenen Kanu. Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Ich bin aus New York. Ich bin aus New York. Glückwunsch zu deinem Erfolg. Glückwunsch zu deinem Erfolg. Schieben Sie den Umschlag. Schieben Sie den Umschlag. Er ist daran interessiert, Französisch zu lernen. Er ist daran interessiert, Französisch zu lernen. Er ist daran interessiert, Französisch zu lernen. Sozial sein. Sozial sein. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Also was denkst du? Also was denkst du? Bitte rufen Sie mich nicht spät abends an. Es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Bitte rufen Sie mich nicht spät abends an. Es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Behalte dieses Geheimnis für uns. Behalte dieses Geheimnis für uns. Wie war es? Wie war es? Nach dem Mittagessen nehmen wir am Seminar teil. Nach dem Mittagessen nehmen wir am Seminar teil. Du bist ein wahrer Freund. Du bist ein wahrer Freund. Hilf mir. Hilf mir. Ja. Ich bin nach Europa gegangen. Ja. Ich bin nach Europa gegangen. Bestehen Sie die Inspektion. Bestehen Sie die Inspektion. Mach dir keine Sorge. Mach dir keine Sorge. Welche Art von Musik magst du? Welche Art von Musik magst du? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Ich freue mich, wenn Sie mir helfen können. Ich freue mich, wenn Sie mir helfen können. Sie müssen diesen Bericht heute fertigstellen. Sie müssen diesen Bericht heute fertigstellen. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Sie sind miteinander verwandt. Sie sind miteinander verwandt. Du bist ein großartiger Sänger. Du bist ein großartiger Sänger. Wie wäre es mit dem Film? Wie wäre es mit dem Film? Schön, Sie endlich kennenzulernen. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Stecken Sie jemandem eine Feder in den Hut? Stecken Sie jemandem eine Feder in den Hut. Er kann drei Sprachen fließend sprechen. Er kann drei Sprachen fließend sprechen. Sie sind fünf und sieben. Sie sind fünf und sieben. Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Ja, ich habe drei Geschwister. Ja, ich habe drei Geschwister. Oh, ich liebe New York. Oh, ich liebe New York. Du bist ein verlässlicher Freund. Du bist ein verlässlicher Freund. Vergessen Sie nicht, mich anzurufen. Vergessen Sie nicht, mich anzurufen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich großartig. Das muss lohnend sein. Das muss lohnend sein. Sie sind ein wertvolles Mitglied. Sie sind ein wertvolles Mitglied. Ich bleibe einfach. Ich bleibe einfach. Katzen sind sehr süß. Katzen sind sehr süß. Lehne dich zurück und entspanne. Lehne dich zurück und entspanne. Das ist eine schwierige Situation. Das ist eine schwierige Situation. Wo war der letzte Ort, den Sie besucht haben? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Er wird morgen operiert. Kinder spielen im Park. Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Ja. Ich lache gerne. Ja. Ich lache gerne. Kennen Sie die neue Richtlinie? Kennen Sie die neue Richtlinie? Ich bin durstig. Ich bin durstig. Die Lautstärke erhöhen. Die Lautstärke erhöhen. Ziehen Sie alle Register. Ziehen Sie alle Register. Wie gehst du zur Arbeit? Wie gehst du zur Arbeit? Gehen Sie gerne in Kunstgalerien? Gehen Sie gerne in Kunstgalerien? Komm und mach mit. Komm und mach mit. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Sie sind ein ausgezeichneter Kommunikator. Sie sind ein ausgezeichneter Kommunikator. Seien Sie sparsam. Seien Sie sparsam. Sei glücklich. Sei glücklich. Er würde seine Stimme erheben, wenn er wütend wurde. Er würde seine Stimme erheben, wenn er wütend wurde. Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich großartig. Kann ich mir deinen Stift leihen? Kann ich mir deinen Stift leihen? Ich kenne deinen Bruder. Ich kenne deinen Bruder. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Bitte schön. Bitte schön. Sei neugierig. Sei neugierig. Ich liebe es wirklich, Bücher zu lesen. Ich liebe es wirklich, Bücher zu lesen. Gehen Sie gerne zu Weinproben? Gehen Sie gerne zu Weinproben? Das ist es auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall. John hat gerade sein Collegeabschluss gemacht. John hat gerade sein Collegeabschluss gemacht. Magst du kochen? Magst du kochen? Sammle die Teile. Sammle die Teile. Übrigens, hast du schon unseren neuen Nachbarn kennengelernt? Übrigens, hast du schon unseren neuen Nachbarn kennengelernt? Natürlich würde ich das gerne tun. Natürlich würde ich das gerne tun. Es tut mir leid, aber. Es tut mir leid, aber. Möglicherweise ist es derzeit nicht verfügbar. Möglicherweise ist es derzeit nicht verfügbar. Oh, ich liebe New York. Oh, ich liebe New York. Sei einfach du selbst und alles wird gut. Sei einfach du selbst und alles wird gut. Welche Art von Kunst magst du? Welche Art von Kunst magst du? Vielleicht kannst du es versuchen. Vielleicht kannst du es versuchen. Ja, ich genieße einen guten Film. Ja, ich genieße einen guten Film. Schütte dein Herz aus. Schütte dein Herz aus. Ziehen sie alle Register. Ziehen sie alle Register. Sie sind so großartig. Sie sind so großartig. Ist im Auto noch Platz für eine weitere Person? Ist im Auto noch Platz für eine weitere Person? Ich bin ein Einzelkind. Ich bin ein Einzelkind. Lass es mich wissen, falls du Hilfe benötigst. Lass es mich wissen, falls du Hilfe benötigst. Im Moment leben. Im Moment leben. Ein gutes Restaurant zu finden kann schwierig sein. Ein gutes Restaurant zu finden kann schwierig sein. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Seien sie kooperativ. Seien sie kooperativ. Sie lieben Eis. Sie lieben Eis. Hat dir dieses Shirt gefallen? Es ist im Angebot. Hat dir dieses Shirt gefallen? Es ist im Angebot. Können wir uns morgen treffen? Können wir uns morgen treffen? Vergessen sie nicht, ihren Ausweis mitzubringen. Vergessen sie nicht, ihren Ausweis mitzubringen. Ja. Ich koche gerne. Ja. Ich koche gerne. Sein Engagement hat mich beeindruckt. Sein Engagement hat mich beeindruckt. Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich großartig. Zu welchem Zweck benötigen sie diese Informationen? Zu welchem Zweck benötigen sie diese Informationen? Ich liebe es wirklich, Bücher zu lesen. Ich liebe es wirklich, Bücher zu lesen. Sie sind sich in ihrer Mission einig. Sie sind sich in ihrer Mission einig. Motiviert sein. Motiviert sein. Bitte schön. Bitte schön. Vergessen sie nicht, das Licht auszuschalten. Vergessen sie nicht, das Licht auszuschalten. Ich habe eine Katze. Ich habe eine Katze. Er beschloss, sich ehrenamtlich für die Wohltätigkeitsveranstaltung zu engagieren. Er beschloss, sich ehrenamtlich für die Wohltätigkeitsveranstaltung zu engagieren. Kann ich bitte ihre Aufmerksamkeit erregen? Kann ich bitte ihre Aufmerksamkeit erregen? Können sie eine Minute Zeit haben? Können sie eine Minute Zeit haben? Kennen sie den Weg zum Bahnhof? Kennen sie den Weg zum Bahnhof? Er entschuldigt sich für sein Verhalten. Er entschuldigt sich für sein Verhalten. Sie freuen sich über ihren Erfolg. Sie freuen sich über ihren Erfolg. Aufrichtig sein. Aufrichtig sein. Gehen sie mit Bravour. Gehen sie mit Bravour. Hast du irgendwelche Hobbys? Hast du irgendwelche Hobbys? Stört es sie, wenn ich einen Blick darauf werfe? Stört es sie, wenn ich einen Blick darauf werfe? Können sie mich am Flughafen absetzen? Können sie mich am Flughafen absetzen? Können sie mir bei dieser Matheaufgabe helfen? Können sie mir bei dieser Matheaufgabe helfen? Überprüfen sie unbedingt die Details noch einmal. Überprüfen sie unbedingt die Details noch einmal. Lassen sie es stumm schalten. Lassen sie es stumm schalten. Guten Tag. Guten Tag. Ich liebe Achterbahnen. Ich liebe Achterbahnen. Zekes Leidenschaft für Sport ist unübertroffen. Zekes Leidenschaft für Sport ist unübertroffen. Ja. Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren. Ja. Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren. Halten sie den Ball am Laufen. Halten sie den Ball am Laufen. Ich mag keine dunkle Schokolade. Ich mag keine dunkle Schokolade. Stück Kuchen. Stück Kuchen. Bauen sie eine bessere Zukunft auf. Bauen sie eine bessere Zukunft auf. Gern geschehen. Gern geschehen. Du bist ein toller Zuhörer. Du bist ein toller Zuhörer. Kannst du mir den Weg zum Bahnhof zeigen? Kannst du mir den Weg zum Bahnhof zeigen? Sei verlässlich. Sei verlässlich. Wir hatten letzten Sommer einen wunderschönen Urlaub in Europa. Wir hatten letzten Sommer einen wunderschönen Urlaub in Europa. Jeder liebt Eis. Jeder liebt Eis. Woher kommst du? Woher kommst du? Vergiss nicht. Vergiss nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sind sehr inspirierend. Sie sind sehr inspirierend. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ich gehe jeden Morgen laufen. Ich gehe jeden Morgen laufen. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Seien sie einfühlsam. Seien sie einfühlsam. Wenn sie Fragen haben, zögern sie nicht, diese zu stellen. Wenn sie Fragen haben, zögern sie nicht, diese zu stellen. Können wir eine große Pizza mit Peperoni essen? Können wir eine große Pizza mit Peperoni essen? Er ließ sich von seiner Ex-Frau scheiden. Er ließ sich von seiner Ex-Frau scheiden. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Er spielt hart. Er spielt hart. Ich war mit dem Service in diesem Restaurant wirklich unzufrieden. Ich war mit dem Service in diesem Restaurant wirklich unzufrieden. Gehst du zur Party? Gehst du zur Party? Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Lassen sie uns diese Show auf den Weg bringen. Lassen sie uns diese Show auf den Weg bringen. Ich genieße die italienische Küche. Ich genieße die italienische Küche. Festhalten. Festhalten. Es tut mir wirklich leid, was heute passiert ist. Es tut mir wirklich leid, was heute passiert ist. Bitte rufen sie mich nicht spät abends an. Es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Bitte rufen sie mich nicht spät abends an. Es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Ich bin allergisch gegen Schalentiere. Ich bin allergisch gegen Schalentiere. Beruhige dich. Beruhige dich. Er spielt hart. Er spielt hart. Er betrachtet das Gemälde. Er betrachtet das Gemälde. Kannst du das Licht ausschalten? Kannst du das Licht ausschalten? Klingt gut. Klingt gut. Was magen sie tun gerne während ihrer Freizeit? Was magen sie tun gerne während ihrer Freizeit? Kannst du mir den Weg zeigen? Kannst du mir den Weg zeigen? Welches ist dein Lieblingstier? Welches ist dein Lieblingstier? Kannst du mir das Salz reichen? Kannst du mir das Salz reichen? Sie haben einen reichen Geschmack. Sie haben einen reichen Geschmack. Es läuft gut. Danke. Es läuft gut. Danke. Sei du selbst. Sei du selbst. Könntest du bitte die Tür schließen? Könntest du bitte die Tür schließen? Hat dir dieses Shirt gefallen? Es ist im Angebot. Hat dir dieses Shirt gefallen? Es ist im Angebot. Natürlich sollten sie sich, Matrix, ansehen. Natürlich sollten sie sich, Matrix, ansehen. Du bist ein großartiger Elternteil. Du bist ein großartiger Elternteil. Stecken sie jemandem eine Feder in den Hut. Stecken sie jemandem eine Feder in den Hut. Lachen ist eine gute Übung. Lachen ist eine gute Übung. Sie sind auf dem Weg zum Einkaufszentrum. Sie sind auf dem Weg zum Einkaufszentrum. Das Ausleihen von Büchern ist kostenlos. Das Ausleihen von Büchern ist kostenlos. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Glaubst du wirklich, dass das funktionieren wird? Glaubst du wirklich, dass das funktionieren wird? Brauchen sie Hilfe bei ihren Hausaufgaben? Brauchen sie Hilfe bei ihren Hausaufgaben? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Sie gelobten, einander zu lieben und zu unterstützen. Sie gelobten, einander zu lieben und zu unterstützen. Sie sind ein guter Entscheidungsträger. Sie sind ein guter Entscheidungsträger. Nein, ich entspanne mich nur zu Hause. Nein, ich entspanne mich nur zu Hause. Kannst du mich beschützen, während ich weg bin? Kannst du mich beschützen, während ich weg bin? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Sie sind ein ausgezeichneter Kommunikator. Sie sind ein ausgezeichneter Kommunikator. Im Allgemeinen mögen Leute das. Im Allgemeinen mögen Leute das. Das ist gut. Das ist gut. Ob sie bereit sind oder nicht, wir kommen. Ob sie bereit sind oder nicht, wir kommen. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Natürlich helfe ich gerne weiter. Natürlich helfe ich gerne weiter. Ich liebe Actionfilme. Ich liebe Actionfilme. Wie geht's deiner Familie? Wie geht's deiner Familie? Ich muss morgen an der Besprechung teilnehmen. Ich muss morgen an der Besprechung teilnehmen. Entschuldigung. Kann ich eine Frage stellen? Bringen Sie Ihren Ausweis zur Party mit. Bringen Sie Ihren Ausweis zur Party mit. Du bist ein großartiger Athlet. Du bist ein großartiger Athlet. Zeigen Sie mit dem Finger auf jemanden. Zeigen Sie mit dem Finger auf jemanden. Ich kann für die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit bürgen. Ich kann für die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit bürgen. Bleiben Sie professionell. Bleiben Sie professionell. Du bist ein guter Fahrer. Du bist ein guter Fahrer. Ja, ich mag Kriminalromane. Ja, ich mag Kriminalromane. Es kostet mehr als ich erwartet hatte. Es kostet mehr als ich erwartet hatte. Ich genieße die alte Münze. Ich genieße die alte Münze. Stört es Sie, das Fenster zu schließen? Stört es Sie, das Fenster zu schließen? Mal die Stadt rot. Mal die Stadt rot. Das ist eine schwierige Situation. Das ist eine schwierige Situation. Sie sind ein gutes Unternehmen. Sie sind ein gutes Unternehmen. Schau wer spricht. Schau wer spricht. Nach Luft schnappen. Nach Luft schnappen. Untertitelung. Untertitelung.